Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge aus der Corner. Was lachst du denn direkt? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich hab meinen Kuppel Kevin dazu gezwungen, jetzt hier dabei zu sein. Mit dabei als Gast, wie bereits erwähnt, Papa Pi. Was geht ab? Was geht, Chef? Hey, danke für die Einladung, ich freu mich sehr. Bruder, du hast gesagt, ich soll dich einfach einladen, weil du Klicks bringst. Und dann hab ich das auch gemacht. Das hab ich so nicht gesagt. Du hast das so gemeint, das wissen wir alle. Ich möchte meine Homies supporten. Nein, ich hab unfassbar Bock hier drauf. Sind wir Freunde? Auf jeden Fall. Ja, will ich auch sagen. Wir machen nur zu wenig irgendwie, ne? Ja, aber es liegt ja jetzt wahrscheinlich nicht an mir. An mir liegt es nicht. Ja, ich mach irgendwie gerade echt gar nichts, ne? Ich bin nur drinne, Bro. Du bist nur am Stream. Ich verbringe nur Zeit am Stream, ja. Wie hat die ganze Geschichte überhaupt angefangen? Du kommst aus Brandenburg. Chris Westerhausen. KW Big Up. KW Represent. Shoutouts. Shoutouts LDS. Ja, Mann. Das ist richtig, ne? Dass du das weißt, Bro. Das heißt niemand. Ja, klar. Ich bin der Kfz-Meister. Nee, nie jemand weiß, dass das LDS ist. Landkreis Dahme Spreewald. Landkreis Dahme Spreewald. Ja, Mann. Ganz üble Ecke. Ganz üble Ecke. Ist halt schön, aber man darf nicht in die Städte gehen, dann ist es übel. Oder in die Orte. Das kann man auch in die Städte nähen. Ne, ne. Das ist ja irgendwie, das ist ja scheiße, dass du da ab... Also KW ist wirklich die letzte Ecke, die ich hier gesehen habe. Ja, KW ist echt nicht schön, ne? Ne. Und was gibt's noch? Das ist auch schon wieder Feierabend, ne? Ja, Zeuten. Zeuten gibt's bei uns noch. Das ist immer so mein Gag, wenn ich so mich lustig mache über so Dorforte. Ja, Zeuten. Das sind so langweilige Orte, weißt du, da wohnen irgendwelche Familien. Wie hast du gelebt da, Alter? Ist es nicht geiler, wenn du dann irgendwie... Seid ihr nicht einfach in die Stadt reingefahren? Also nach Berlin? Irgendwie nie, also sehr selten. Ich glaube, ich war so das erste Mal in Berlin richtig so, dass ich so das bewusst wahrgenommen habe, mit so 13, 14 oder so. Hä? Ja, ja, voll spät. Wirklich? Ja. Ja, da war ich ja schon in Berlin. Ich weiß nicht, irgendwie war das nicht so ein Ding, weil wir hatten halt alles und uns hat's jetzt nicht so krass in die Stadt gezogen, weißt du? Ja. Wir hatten halt so, was sind die Sachen, um in die Stadt zu gehen? Irgendwie abends weggehen oder so? Machst du nicht als Kind, ne? Genau, und dann, was ist das andere? Einkaufen gehen, Kino gehen, so Sachen. Ja. Bro, wir hatten das A10 Center bei uns, das direkt an der Autobahn A10. Oh, Bruder, das ist aber geil. Das ist echt okay, genau. Ich hab mal tatsächlich, das war, als Casper und Materia ein Album gemacht haben, haben die in einem Interview im Nachhinein darüber geredet, wie sie immer da hingefahren sind. Ja. Weil irgendeiner von denen wurde da auch auf der Ecke. Ja, ich hab Casper mal in der Bahn gesehen, aus Klingstusterhausen. Und da haben die immer erzählt, dass sie sich zu fressen beim A10 Center geholt haben, damit die ihre Pressflashes vom Kiffen quasi so recoveren können. Ja, ja, das ist echt cool. Und die haben das irgendwann, also für alle, die es nicht kennen, das ist einfach ein sehr großes Einkaufszentrum für so Dorfverhältnisse an so einer Autobahn. Und irgendwann haben die das so ausgebaut, Bro, und dann ist da halt auch noch so ein eventmäßiges Ding, wo du dann halt so Bowling hast und so und Kino. Und du hattest halt alles da, weißt du, es gab eigentlich irgendwie keinen Grund. Und das erste Mal, dass wir wirklich so nach Berlin rein sind, war mit, Digga, das war so krass. Irgendwie, ich bin mir zu 100% sicher, ich war 14, aber gibt es 14 Partys? Ne, ab dann ist es auch Mutti-Zeit oder nicht? Ist es ab 14 Mutti-Zeit oder ab 16? Ich weiß nicht. Ja, ab 16, ne? Ich weiß nicht, aber gibt es, es gab früher 100%ig eine 14-Plus-Party. Okay, das war so Kinderdiskotik. Ja, genau. Und wir hatten halt... Aber das hatten wir auch auf dem Dorf. Ja? Ja, ja. Okay, okay, auf jeden Fall... Dann gab es mal Kiba. Boah! Boah! Ja, Kiba-Shots, Junge. Richtig einen abrotiert. Ich merke es schon. Boah, das knallt, die Vitamine. Ne, war eine gute Freundin von mir, meine damalige beste Freundin, hatte Geburtstag und dann meinte sie so, yo, die will halt nach Berlin rein feiern, mit 14, ist wild. Und dann waren wir halt... Ab ins KitKat. In den Pool rein. Hä, gibt es da einen Pool? Im KitKat. Was war da? Ne, aber man kennt das. Und da ist so ein Pool und ich stelle mir den so eklig vor, weil, also das ist ein Fetisch-Club für die Leute, die den nicht kennen. Und ich stelle mir das so eklig vor, weil... Sex-Partys. Weil da wird ja halt auch safe drin gefickt und da sind so multiple Flüssigkeiten drin und so. Das hatte ich in Las Vegas mal erlebt. Beziehungsweise das hatten dann Veni und Eni erzählt. Die sind dann da reingegangen, ich war aber nicht auf so einer Rooftop-Party, weil ich keinen Bock hatte. Ich hatte schon die Schnauze voll von Las Vegas, da haben die auch erzählt. Las Vegas war wirklich nicht cool, Mann. Ich finde Las Vegas ist echt scheiße. Ne, das war wirklich nicht cool. Ne. Und dann sind die da irgendwie auf so eine Party gegangen. Random hat das Grillex aufgelegt, weil das ist scheinbar so ein Ding in Las Vegas, dass da irgendwelche Star-DJs so auflegen auf so Rooftop-Partys. Okay, das ist krass. Und da haben die wohl im Pool auch gefickt, wie die Wilden und so. Fällig geistig. Digga, wie kann man das? Wie kann man das machen? Könntest du das so public im Pool? Ne. Kevin, bitte. Irgendwie will ich es mal erleben, aber ich will es halt nicht, also du kannst es ja nicht in Deutschland machen, weißt du, weil hier kennen mich dann halt Leute. Ich verstehe nicht, wie ein Rewi das ist. Ah, schade, ja, ja. Wie macht das Rewi, Bro? Der geht so auf so Fetisch-Partys. Voll. Und dann, er hat mir mal erzählt, Bro, er hat mir mal erzählt, dass er auf einer Fetisch-Party war und halt gerade am Ficken war und auf einmal kam halt so einer, so ein Zuschauer nackt rein oder mit so einem Fetisch-Outfit und hat ihm so eine, die Musik war laut, also man hat sich irgendwie nicht gehört und er hat aber so eine Tornado-Bewegung gemacht, so dieses. Digga. Weil das war so diese Zeit, wo dieses Tornado-Ron-Bilecki-Ding so big war. Das ist ja ultra unangenehm. Und ich glaube, dann wollte er, dass Rewi seine Freundin fickt oder so. Irgendwie so war die Story, glaube ich. Bitte? Ja, irgendwie so. Aber guck mal, das ist ja... Und das könnte ich nicht mit mir verarbeiten, glaube ich. Das würde mich zu krass wegcringen. Ich kann doch nicht so Fetisch-Partys geben. Wir haben da, glaube ich, mal in irgendeiner Situation noch einmal mit Nova drüber geredet. Ja. Und ich sage dir ehrlich, da bin ich zu Vanilla für, glaube ich. Das ist nicht meins. Irgendwie, ich glaube, ich... Hättest du dir das vorstellen? Guck mal, ich glaube, ich könnte mich nicht da so komplett entfalten und da rumficken. Aber irgendwie würde ich es gerne mal sehen. Okay, check. Ja. So ein bisschen auf, auf, auf... Was sagt man da? Voyeurismus-mäßig? So ein bisschen gucken? Ja, also ich glaube, es geht gar nicht darum, dass ich das jetzt geil finden würde. Ich will einfach, ich habe das Gefühl, es ist ja null verwerflich und es ist irgendwie was, was ich mal einfach gesehen haben will. Ja, klar. Checkst du? Ja. Das ist irgendwas, was man, so wie wenn man das jetzt so, so bei Drogen zum Beispiel hat man ja auch so, dann denkt man sich so, hey, das und das würde ich mal gerne probieren. Aber da gibt es ja dann meistens Nachwirkungen. Aber bei so einer Fetisch-Party ist es einfach nur interessant, es gibt eigentlich keine Nachwirkungen. Aber ich habe da so einen Ästhetik-Blick drauf, weil da kommen ja auch nicht nur schöne Leute hin. Ja. Ja. Da kommt ja alles hin, das ganze Klientel. Das Gesindel. Das Gesindel. Ja, schwerer Begriff, aber das ist ja, also wie gesagt, mir wäre es überhaupt nichts. Aber du warst nie bei sowas. Ne, noch nie. Ich habe auch nicht mal sowas Annäherndes irgendwie. Aber da hast du auch nicht den Bedarf dazu. Ne, es zieht mich jetzt nicht so krass dahin. Also es ist jetzt nicht, nicht, dass ich übelst Bock habe, Swinger-Club zu gehen oder so. Obwohl das nochmal ein bisschen was anderes ist. Aber das ist auch so ein Ossi-Ding, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Oder so ein Sauna-Club, FKK. Ja, witzig. Ja, auf jeden Fall, wir waren halt mit 14 dann feiern. Aber das war so komisch, Mann, weil das war so das erste Mal, dass ich wirklich Berlin so richtig wahrgenommen habe. Und dann direkt Klub. Wo wart ihr? Weißt du es noch? Also in meinem Kopf ist es immer da, wo jetzt das 808 ist. Also da beim Bikini. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Bro. Doch, das Bikini. Beim Zoo. Ja, 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 klar. Beim Kopf ist es immer da, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich war. Das 808 ist doch voll bekannt, oder nicht? Ja, aber das gibt es erst seit zwei, drei Jahren oder so. Oder seit, sagen wir, fünf Jahren. Und das, was ich meine, ist halt vor zwölf Jahren gewesen, weißt du? Ja. Das war nicht das 808, aber so, in meinem Kopf sieht es immer, wenn ich daran denke, so aus wie das 808. Wahrscheinlich war es das aber nicht. Ich weiß immer nur, dass alle, das war nämlich dieser Trugschluss, den man hatte, weil, wie gesagt, Lübeck nicht viel los gewesen. Und die haben sich alle gedacht, wir müssen mal nach Berlin fahren gehen, ins Matrix, weil die alle Berlin-Tag und nachgeguckt haben. Oh, Matrix ist so scheiße. Matrix soll voll scheiße sein. Das ist der schlechteste Klub in Berlin. Wirklich? Alle hassen ihn, ja. Aber da hast Piet. Ich war mal, ich war mal, ich war mal Matrix feiern und da war so ein Typ in so einem komplett roten Anzug, der war so ein Stück zu alt, der war so 50 Jahre alt und dann so den ganzen Abend noch so den Roboter durchgezogen. Also so ein richtiger roter Anzug oder so ein Track von Adidas? Nee, komplett knaller, nee, richtiger Anzug. Okay. Und der ist komplett dumm gegangen. Auf jeden Fall, wir waren so 14, sind in diesen Club gegangen und das war so ein Kulturschock einfach, weißt du, weil du kennst so die Mädels vom Dorf und so die Mädels in der Stadt waren halt, die waren ja auch 14, 15 Jahre. Ja, aber das waren andere Kulturschock. Und die waren so, die haben sich so anders schick gemacht, weißt du. Ja, ja, ja. So, unsere Mädels hatten noch nicht so, das war noch nicht so diese Zeit, wo jetzt so TikTok, YouTube und so, so mega gekauft waren. Einmal ein Mascara rübergezogen und ab wie die Post. Genau, und die Mädels, die Mädels halt oder die Leute allgemein in der Stadt, die haben es schon viel mehr gecheckt gehabt, weißt du. Voll, voll, voll. Die waren schon so ein Jahr, zwei Jahre weiter. Bro, und dann gehst du da rein, weißt du, die Mädels komplett crazy irgendwie schick gemacht. Und dann habe ich so das erste Mal so Girls in so Leggings gesehen, die so hier so Cutouts hatten an den Oberschenkeln. Oder? Das ist gestorben mit 14. Ehrlich so, oder? Aber ich habe, ich sage dir ehrlich, ich habe da eh keinen, ich habe da keinen Ehrgeiz hinter gehabt. So, wenn ich denke, ich kannte nur die Kinderdisco, weißt du, schön Jugenddisco, da lief dann TNT und alle haben Sittaki getanzt, das ist so unser Ding gewesen. Was getan? Sittaki, was die Griechen immer machen. Was ist das? Das kenne ich nicht. Die Griechen immer, die zack, 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 und dann die Jungs immer so. Oh mein Gott. Ich bin übel Cringe, wenn ich so drüber nachdenke. Irgendwie auch geil, ne? Irgendwie ist es eine witzige Zeit gewesen, aber das war auch noch die Zeit, wo ich noch kein Außenseiter war, da ging es noch. So, und dann wurde ich 10 Jahre durchgemobbt. Und dann ging alles bergab. Naja, bei uns war halt wirklich, es war halt dieses, alle aus den umliegenden Dörfern, das war tatsächlich in meinem Heimatdorf war da Fete, so und alle aus den umliegenden Dörfern sind halt rangekutschiert worden von Mutti und Fadi, weil dann können die halt saufen, Spaß. Dann wurde halt der Kieber hintergelegt und es ist dann immer voll der Gossip abgegangen, ne? Das ist so, oh, der, der mit der und... Stimmt, ne? Das war krasser früher, dass dann so auf so Partys, dass dann so auch rumgemacht wurde und alle so, oh mein Gott. Und man dachte sich, das wäre ein viel größeres Thema, weißt du? Das spielt eine viel größere Rolle im Leben und so mittlerweile denkt man sich so, boah, wie lächerlich das war. Das war so lächerlich alles. Das waren alles Lappalien und richtige Quatschbeziehungen. So und dann ist so da auch irgendwie, da kommen auch die Assis aus dem Nachbardorf so und die hauen einfach random ein, so die Zähne raus. Das ist doch raw gewesen. Bei uns, wir hatten so zwei so Zwillinge, die hatten beide rote Haare. Zwei oder drei Zwillinge? Zwei. Starker Gag. So zwei Zwillinge und die hatten so rote Haare, war so ein bisschen pummelig. Und das Einzige, was ich von denen weiß, ist, dass die immer so auf so Partys einfach abgepulselt sind und dann einfach irgendwie so die Faxe da leer getrunken haben. So Faxe und diese zwei Liter... Ja, diese einen Liter... Diese Superdose, ja. Schön aufgekracht unten und dann rein. So eker. Ne, aber was ich komisch fand an diesen, das wollte ich noch kurz sagen, an diesen 14-jährigen Clubs, da waren halt nicht nur Leute unter 18, da waren auch Leute, die waren 40 oder so. Oh, die sind dann an die Minderjährigen ran. Ja, ich denke mal schon, das habe ich damals nicht so wahrgenommen, aber es war sehr komisch und die hatten so ein T-Shirt, einer hatte so ein T-Shirt an, oder zwei, drei Leute hatten so T-Shirts an. Die waren dann anscheinend irgendwie im Angebot oder so. Da war hier so ein Equalizer drauf und der war so mit LED drauf. Oh nein! Dann hat der so ein Mikrofon hier irgendwo in der Hosentasche und das hat dann so zum Beat ausgeschlagen. Aber weißt du, was das so sind? Das sind so E-Sports-Moderator-T-Shirts. Ja, auch mal. Darüber so ein Jackett. So, und dann wird schön CSGO kommentiert. Digga, das ist genau so ein Ding. Ich weiß auch, ich weiß auch, ich hoffe, ich kriege nicht Ärger dafür, ich das sage, aber es gab mal... Oh, eine Zeit lang hat er das einer gerockt und zwar Chris von Peatspeed hat das eine Zeit lang richtig gerockt, so ein T-Shirt. Da hat er auch immer so diesen Equalizer drauf gehabt. Oh, ich finde dieses irgendein T-Shirt mit Aufdruck und dann machen wir ein Jackett drüber, das sollte verboten sein. Ja, ey. Für alle bei Summoners Inn. Alle bei Summoners Inn. Star Wars. Ja, ja. Star Wars, WoW. Früher immer bei diesem, kennst du dieses auf Giga, gab es immer dieses Wow, dieses Fenster, wo die immer so diese zwei PCs vorne hatten. Da haben die das auch getragen. Wie viel kostet die Drachenrüstung beim Händler? Und da haben sie so darüber abdiskutiert und der eine musste dann sein... Hier, Flo Kamholz. Flo Kamholz musste dann seinen Tauhundkiger löschen. Das war richtig hart. Weißt du noch, hast du das geguckt früher? Ja, aber die, das kenne ich nicht. Aber Giga war krass. Das ist irgendwie crazy, dass es früher einen Fernsehsender gab, der nur related war zu Videospielen. Du hast da eingeschaltet und dann war da dieses eine Girl, was dann so... Aber war Giga ein eigenständiger Sender oder war das ein... Eigenständiger Sender? Nee, das war ja kein Untersegment von MTV, ne? War erst und dann sind die irgendwann abgekoppelt. Ah, okay. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob MTV... Ich glaube, es liegt dann irgendwie am Anfang auch irgendwie abends Nickelodeon oder sowas. Irgendwie so. Ja, genau, genau, genau. Das war Comedy Central, was ich meine. Wobei Nickelodeon hat nach dem Kinderprogramm haben die so MTV... Nee, Quatsch, genau, Comedy Central war das. Comedy Central. Comedy Central gespielt. Das war geil. Nickelodeon war ein krasser Channel, also krasser Fernsehen. Nickelodeon, das war für mich die... Das war legit die Erleuchtung. War besser als Super RTL. Das war so Super RTL für so Jugendliche. Und so Super RTL war immer... Wurde mir immer vermittelt, das gucken wie Assi-Kinder. Oh nein, du bist einer von denen, die nicht Spongebob geguckt haben. Doch, doch, ich hab Spongebob... Doch, ich hab sogar ein Spongebob-Tattoo. Ja, okay. Und nicht Spongebob hab ich geahnt. Das lief dann ja auf Super RTL zuerst. Und dann hatten wir ja noch RTL 2, halt diese ganze Anime-Geschichte. Das hab ich auch krass gefühlt, aber ich hab nur den Mainstream-Scheiß geguckt. Weißt du, bist du sehr in Anime drin? Nee, nicht so. Ich hab Death Note angefangen. Ja, hab ich auch. Aber ich bin so übel schlecht in so Serien zu Ende kommen. Ja, ich kann das auch nicht kippen. Und ich bin so bei Folge 15. Das ist voll komisch. Ich hab das gleiche bei so Prison Break und Breaking Bad gehabt. Das ist so, dass ich so... Breaking Bad guck ich gerade. Und jetzt wird's gerade interessant. Ja, also ich hab bei allen so, dass ich so dachte, boah, das ist so heftig. Gerade bei Prison Break war ich so, Digga, das ist so spannend, Mann. Und dann hatte ich so diese erste Staffel zu Ende geguckt und dann dachte ich so, kein Bock mehr. Und dann, ich weiß nicht, dann hatte ich das irgendwie auch bei Death Note irgendwie. Da denk ich mir, jede Folge so, boah, das ist so spannend, holy shit. Ich empfehle Leuten so, das müsst ihr unbedingt sehen. Guckst aber nicht zu Ende, ich weiß nicht. Aber ich komm mir komisch vor, mir die gemalten Sachen mal anzugucken. Ich enjoy so einen Scheiß nur, wenn ich das mit anderen gucken kann. Wenn wir zum Beispiel mit, wenn ich bei Nick mal irgendwie gechillt hab und der hat irgendeinen Quatsch angemacht. Ich hab keine Ahnung, das war so eine Serie. Oh, hier krieg ich doch nicht. Das war irgendein japanischer Name. Und Nick ist ja so ein Kondisseur, der sagt, das ist ja diese Namen so selbstverständlich. Ja, wollen wir hier gucken? Ja, klar, das genau, das will ich sehen. Boku no Pico oder wie du das heißt. Ja, genau. Genau solche japanischen Namen. Und ich kann's natürlich nichts damit anfangen. So, und dann war das, die Serie war so, die haben da, die waren an so einer Schule. Ist das Highschool Digestie? Nee, nee, die waren, das ist doch alles in der Schule erstmal. Das sagt ja noch nichts viel aus. Auf jeden Fall waren die an so einer Schule und die haben den ganzen Tag immer nur Glücksspiel gemacht an dieser Schule. Was? So, du konntest dann so Credits verspielen und wenn du alle deine Credits verspielt hast, dann musstest du dich so, wie so eine Strafe, quasi als Sklave für den, der gegen deine letzten Credits abgezogen hat, so musstest du dann als Sklave für den arbeiten. Ey, Kevin, nicht schlimm. I'll be King, sorry. Gesundheit. Und die konnten dann immer so rumtraden und da war da einer so King of Currywurst, weil da so richtig viel verdient hat. Und das ist aber so kranke Scheiße. So Russisch Roulette und sowas haben die dann gespielt und so. Völlig crazy. Aber es gibt so komische Animes, ne? Es gibt auch einen, also ich hab ja getanzt so ein paar Jahre lang und es gibt auch zu diesem, wie nennt man das auf Englisch, Ballroom Dancing oder so, gibt es auch einen kompletten Anime. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, wie Dance Hero oder so. Und das geht einfach nur um genau dieses Hobby, was ich gemacht habe früher. Und ich finde, das ist so random. Aber hast du nicht Lateinamerikanisch? Ja, ja, aber das ist beides. Es gibt Lateinamerikanisch und Standard und dieser Anime ist genau über dieses Tanzen und so. Das ist echt, der soll wohl ganz gut sein sogar. Das ist irgendwie crazy. Da gibt es auch dieses Food Wars und so, wo es immer nur ums Kochen und so geht. Das ist auch so beknackt. Ich würde aber mir niemals ein Anime übers Tanzen angucken. Ich auch nicht. Aber ich finde es aber funny, wie groß die Range ist einfach. Voll. Es gibt ein Volleyball-Anime und so. Ja, guck mal. Das habe ich auch noch mitbekommen. Da hat Niklas auch immer irgendwas von erzählt. Niklas ist ja auch voll drin. Aber ich habe da immer keine Ahnung, was da angeht. Ja. Digga, das ist ja... Ey, was ich noch geguckt habe, war das mit den Riesen. Weißt du, wie das heißt? Attack of Titans? Attack of Titans. Attack on Titan? Attack on Titan. Attack on Titan. Attack on Titan habe ich geguckt. Die erste Staffel. Da sagen aber alle, das war übelst geil. Das war geil. Das war cool. Aber da waren so mit deutschen Untertiteln. Das war auf Japanisch. Gibt es da mittlerweile deutsche Synchro zu dem Scheiß? Ja, safe. Bei dem schon. Das ist ja mega public. Mega, mega. Genau. Das war damals, als das aufkam. Japanisch synchronisiert. Und dann immer deutsche Untertitel. Fand ich voll anstrengend. Äh, warte mal, wo ist mein Wasser? Digga, ich habe es dir vorhin... Es steht da. Achso. Hier, du hast das türkische Wasser. Ja, sorry. Das türkische Wasser. Das türkische Waddle. Ja, aber ich bin da auch nicht so ultra drin. Allgemein so Serien und so, da kannst du mich mitjahen. Ja, aber Filme habe ich gerne geguckt. Ja, Bro, ich weiß nicht, was es ist, irgendwie, ich kann mich nicht darüber da so zu überwinden, so mich hinzusetzen und mich zwei Stunden zu konzentrieren. Ist auch krisch. Ich gucke gerade nach dem Stream nur so leichte Koste wie so Trash-TV und so. Ja, ich habe da tatsächlich, pass auf, ich war jetzt in der Heimat für eine Woche und war in der schrecklichen Situation, dass ich mal den Fernseher wieder angemacht habe und dann lief... Wie ist das? Wie ist das? Das geht, Mann. Moin, Jung. Dann lief das mit den... Ach, er hat nur Kevin gesagt. Eigentlich hätte ich mich gleich melden müssen. Und dann lief das... Das sind so Models und so Nerds. Auch so richtig krasse Nerds. Beauty and the Nerd. Aber die werden doch überspitzt, oder? Bro, das ist so... Ja, das ist einer der Fakesten davon. Also, es gibt viele von diesen Trash-TV-Sendungen, wo Leute hingehen und irgendwie was spielen. Zum Beispiel gucken wir gerade extra in der Beach, weißt du? Und ich glaube... Haben wir nicht irgendwas mal geguckt? Ja, ja. Oder Love Island oder so? Ja, ja, Love Island haben wir, glaube ich, mal geguckt. Ja, ja, ja. Aber so bei Ex on the Beach ist es halt so das Prinzip, dass quasi Leute gehen hin und am Anfang sind es halt einfach sechs random Leute und dann Stück für Stück kommen so Ex-Partner von denen. Und dann kommen von denen Ex-Partner noch Ex-Partner und so und es wird immer mehr, weißt du? Und dann wird man mit Absicht so Fitner getrieben. Und ich glaube, dann sind es so Leute, die vorher sagen, hey, was muss ich tun, als wären wir getrennt? Ja. Dann machen wir die krasse Love-Story da für Cloud, weißt du? Aber guck mal, bei... Wie hieß es? Beauty and the Nerd? Ja, Beauty and the Nerd. Bei Beauty and the Nerd ist es so ultra überspitzt. Aber da wird ja auch nicht gebumst. Nee. Vielleicht geht da der Spice raus. Ja, und das ist so ultra so Stereotype. Weißt du, so bei den anderen Formaten ist es so, da geht es einfach nur darum, Drama und zankt euch irgendwie. Und bei Beauty and the Nerd geht es wirklich darum, hey, ihr seid jetzt diese schickimicki-Mädels und die Nerds... Die It-Girls. Ja, genau. Und gerade die Nerds werden halt wirklich, die werden ja komplett dumm überzogen. Ja, ja, klar. Ja, die müssen dann in ihren Cosplays müssen die dann da sitzen. Ja, wir haben ja auch mal Dion gehabt von der ersten Staffel. Hatten wir mal einen Podcast bei uns. Dion hieß der so? Ich glaube schon, ja. Ja. Und dann haben wir mit dem gelabert und so und der meinte auch, das ist halt alles krass überspitzt und so. Und die sagen dann halt auch so, ja, zieh mal jetzt das an und sowas. Mhm. Also, das ist schon krass fake. Das ist schon krasse Scheiße. Ja, da steht... Würdest du bei sowas mitmachen? Nee. Die haben dich eingeladen bei Beauty and the Nerds. Die hab ich eingeladen? Soll als Nerd mitmachen, ja. Egal. Aber wie sieht es denn nicht danach aus? I don't know, vielleicht hätte ich mich da so hingebogen. Ich hätte es gern gesehen. Ich hätte da so Jan Böhmermann-mäßig so mal reingehen sollen und einfach alles mal mitmachen. So alles verarschen. Genau. Und dann im Nachhinein mache ich so eine große Exposed-Doku. Das würde ich aber fühlen. Das wäre krass, ne? Aber wäre auch dumm, dich dann da einzuladen, weißt du? Also, da weiß ich auch nicht. Wir wollten aber eigentlich immer Giga-Miguel hinschicken, oder? Unser Miguel, weißt du? Unser Miguel. Bro, das haben wir auch... Ich hab mit meiner Freundin, das ist vorgestern oder so, haben wir gelabert. Ich warte auf den Tag, wo ich so extra eine Beach oder sowas gucke oder Temptation Island oder diese ganze Scheiße, are you the one und so. Und dann sehe ich da mal jemanden von uns. Was ist denn are you the one schon wieder? Are you the one ist im Grunde... Da werden 20 Singles in ein Haus gesteckt. Und im Grunde kommen da auch manchmal welche, aber eigentlich selten. Meistens bleiben es die. Und die Psychologen haben sozusagen ein perfektes Match für dich. Und du musst rausfinden, wer es ist. Das kenne ich, glaube ich. Und wenn sie alle 10 perfekten Matches haben, dann... Also immer pro Woche müssen die mal so eine Vermutung machen. Ja. Und so wählen. Und dann sehen die mal, okay, drei Leute sitzen richtig. Wie ist das, wo die das Budget verbumsen müssen? Tour to Handle. Das war auch richtig beknackt. Das war geil, die erste Staffel. Also auf Englisch. Aber das große Problem ist da, also einmal ist es ein bisschen professioneller alles gedreht. Bei RTL ist es ein bisschen mehr alles so... Skafft. So Skafft und Deutsch und Scheiße irgendwie. Was es irgendwie so geiler macht. Und ein bisschen so mehr so Raw. Ja, und dann stiefelt auf einmal Gianna Ina Zarella. Ja, genau. Und bei Netflix ist alles so sehr hochwertig und so ein bisschen zu overproduced. Und das Problem ist da, glaube ich, auch so... Guck mal, es geht ja darum, die haben irgendwie 200k, haben die so Jackpot. Und jedes Mal, wenn die Sex haben, verliehen die 20k. Digga, voll, das war voll drüber. Ja. Und wer denkt, ihr schafft doch die Woche nicht. Genau, und bei der ersten Staffel dachten die sich so... Ja, okay, wir wollen halt schon ganz gerne so jeder mal 20k da mitnehmen. Ja. Und dann haben aber alle gesehen, wie famous die Leute da werden. Bro, diese eine... Oh, fuck, wie heißt die? Stella. Nee, man... Also im Deutschen jetzt. Nee. Oh, wisst ihr das? Wie heißt die in der ersten englischen Staffel? Diese eine mit den schwarzen Haaren. Die so ultra famous ist. Die hat so gemacht, Boobs und so einen Arsch. Und die war mit diesem... Die war mit diesem einen Australier zusammen. Irgendwas mit er, Rebecca oder so. Und ist auch egal... Rebecca Black. Nee, das ist eine andere. Auf jeden Fall, Bro, die ist so crazy viral gegangen auf Insta danach. Die hat jetzt so 7 Millionen Follower. Digga, man... Und Bro, du kannst dir vorstellen, wie viel... Way more cash damit, Digga. Genau, genau, das ist das Ding. Und es ist egal, ob du die 20k verbummst. Francesca. Ja, Francesca, genau. Hast du gegoogelt gerade? Ja, Francesca, genau. Shoutouts, Tracy, Alter. Und, Bro, guck mal, ein Fashion Nova Placement mit 7 Millionen. Bruder, du hast da irgendwie das 10-fache von gemacht. Ja, voll, voll. Und ich glaube, das haben die dann einfach irgendwann gecheckt, alle. Ja. Und dann, wenn du natürlich mehr bummst und mehr so, egal ob Mann oder Frau, einfach mehr... Das sind ja die Sachen, die dann gezeigt werden, wenn jemand Sex hat, weißt du? Oder wenn jemand irgendwie rummacht. Ja. Ich glaube, je mehr du davon bietest, desto mehr kriegst du danach Cloud auf Insta. Und das ist das, was du monetarisieren kannst. Und dann ist irgendwie irgendwann so nach Staffel 3 irgendwie so dieses Konzept für mich zusammengefallen, weil ich wusste, es ist eigentlich egal, ob die da ficken oder nicht. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile die Idee dahinter, der Leute dahin zu gehen, einfach nur, um bekannt zu werden und dann so Z-Promi-Influencer-mäßig groß zu werden. Ja, voll, voll. Und das macht ja auch total Sinn. Es war zum Beispiel bei Germany's Sex Topmodel in irgendeiner Staffel eine aus Lübeck. Und die hat halt gesagt, ja, ich will Influencerin werden. So, und das ist wirklich die einzige Person. No disrespect, ich werde keinen Namen droppen. Aber es ist die einzige Person, die ich in meinem Leben gesehen habe, die wirklich geschafft hat, im Fernsehen aufzutauchen und dieses Ziel, Influencer zu werden, so dermaßen verschmissen hat wie die. Warum? Weil die hat es nicht geschafft. Die ist nicht Influencerin geworden. Die ist immer noch, die dümpelt immer noch auf 6.000, 7.000 Followern rum oder so. So, und die war halt bei Germany's Sex Topmodel. Aber. Und hat da voll die Attitude gehabt. Aber die hat komplett reingeschissen. Ja, es ist ja doch die Frage, wie weit man kommt, ne. So, ich glaube, die, die Follower gainen, sind so die Top 10 oder so am Ende. Und dann auch nur von der Top 10 so die drei Besten oder so. Ja, weiß ich. Die am meisten Drama machen. War beispielsweise, wie hieß sie denn, Karoli mit K, ne, wie hieß sie, Cordula, ne. Claudia mit K. Claudia mit K. Guck mal, die ist halt so ein Meme geworden. Ja. Und die kann das jetzt machen. Aber es ist denn dein Charakter, weißt du, sowas braucht man. Ja, genau. Bro, ich habe eine Story mit einer Germany's Topmodel Ex-Teilnehmerin. Nicht sexuell oder so. Okay, schade, wenn wir es nicht hören. Nicht Spaß. Ich habe, es gab so, ähm, es gab so ein Video von Sofodo, weiß ich so. Die macht so diese Videos gerade, äh, Girls Blind Daten based off outfit. Tiktokerin. Ja, genau. Die war auch so TikTok-mäßig. Ja, die kommt aus Wien. Die hat wahnsinnig viel über ihre Brüste geredet. Digga, weiß ich nicht, so tief bin ich nicht mit dem Thema. Doch, TikTok hat die immer über ihre Brüste. Ja, großer Fan. Ja, was geht da? Gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da war eine von Jurassic Topmodel. Ja. Und, ähm, und ich habe halt so gesagt, dass ich die bei Jurassic Topmodel ultra unsympathisch fand. Okay. Und dann hat die da halt auch leider in dieser, es tut mir auch voll, ich habe es glaube ich ein bisschen böse formuliert, aber dann hat die halt auch in der, in der, in dieser Folge von diesem Video, wo sie halt diese Jungs gedatet hat, äh, hat sie auch so, so komische Scheiße teilweise, äh, so gebrabbelt, die ich übel weird fand. Und dann bin ich darauf halt auch voll hängen geblieben. Zum Beispiel hat sie so gesagt, dass, äh, wenn ein Typ Kylie Jenner folgt oder Madison Beer, dann ist schon vieles die Ausschlusskriterium, wo ich mir so denke, Warum, hä, Madison Beer ist doch nice. Ja, aber so, so mäßig, weil man die jetzt dann nur so zum Wichsen, äh, folgt und so. Nein. Ja, Madison Beer ist doch voll neu. Opfer, Alter. Damn, ey, das ist weird. Ja, aber so, weißt du, so, das war so, ja, das war, für mich fand ich so drüber, dann habe ich halt irgendwas dagegen gesagt und so. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich halt so ein bisschen abgefuckter drüber, ne. Ja, du hast... Und dann haben wir auch eine Reaction dazu hochgeladen. Oh mein Gott. Und ich sage wirklich in den ersten 15 Sekunden, wie krass unsympathisch das ist. Das heißt, selbst wenn du das Video nicht komplett gesehen hast, hast du das mitbekommen wahrscheinlich. Ja, voll. Bruder, und dann waren wir in L.A., ne, und dann waren wir auf so einem Markt und David, den wir da kennengelernt haben, der meinte so, yo, Sonntag, hier so Flohmarkt-mäßig, das sind alle. Ja. So, geht da hin, das ist eben jetzt der Vibe und so, richtig geil. Wir gehen da hin, Bruder. Genau in dem Zeitraum war halt so dieses, wie heißt dieses Festival in der Nähe von L.A.? Äh, Coachella. Coachella, genau, genau, das war da. Bruder, da waren die natürlich da. Genau da. Und dann laufen wir an denen vorbei, Bruder. Und die, ey, Junge, die haben mich, ach, Bro. Hat die dich angequasselt? Nee, aber die haben mich, wir hatten so einen unangenehmen Blick. Ah, ja, ihr habt euch gecheckt quasi. Die haben so über uns gelabert und so gelacht und so. Oh mein Gott. Das war so helle unangenehm, Bro. Oh mein Gott. War, ist übel unangenehm. Ja, das ist mega unangenehm. Ey, ey, ihr wart doch noch nicht beim Coachella, oder? Nee, nee, haben wir überlegt, aber wir hätten halt dann so, wir haben halt die Butze gebucht und dann wäre das so unnötig gewesen, irgendwie vier Tage dahin oder so. Okay, ja, check ich. Aber das ist dann hinten, es ist die Wüste raus, ne? Ja, Richtung L.A. Also übelweidläufig. Und Las Vegas, ey, Las Vegas, sag ich schon, äh, Los Angeles ist auch übelweidläufig. Ja. Aber geile Stadt, ich will, ich will Anfang nächsten Jahres zwei Monate dahin ziehen. Oder drei. Wirklich? Mhm. Warum? Ich will, ich hab das Gefühl, guck mal. Ist ja nicht so geil, ich war nie in L.A. Ja, ich finde, ey, wenn ich dann da bin, guck gerne mal rum, no joke. Wäre safe. Wäre safe. Nein? Doch, ey, ey, ich werd Bock, ich werd ultra Bock. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, man, ich glaube, die Stadt ist schon, die ist irgendwie so abgecrackt, ultra gefährlich. Ja. Aber irgendwie, irgendwas zieht mich dahin, irgendwie, das ist wie so ein anderer Planet. Und was ich halt irgendwie voll geil finde, kennst du so Leute, die so mal so in ihrem Leben mal so ein Jahr irgendwie so eine Rundreise gemacht haben und dann sagen die so, yo, ich hab Freunde hier, einen in Irland, den kenn ich. Ja. Dann hab ich so, äh, ich hab noch so ein paar Homies, die wohnen in Denver und so, weiß du so, shit. Ey, ich hab aber, ich hab aber tatsächlich, äh, so eine, kann ich gleich erzählen, du erzählst, erst mal zu Ende. Ja, auf jeden Fall fand ich das immer super geil. Ja. Und, ähm, und ich kenn halt ein, zwei Leute auch in L.A. und hab Potential auch vielleicht nochmal ein, zwei mehr Leute kennenzulernen in L.A. und ich würde ganz gerne halt. Ja, du kennst ja allein schon David. Ja, genau, David, also der Ex-Kameramann von Logan und jetzt Kameramann. Ja, jetzt ist er von ein paar Projekte, aber nicht mehr Main. Von Mark, ne? Äh, von Mike, heißt er. Äh, Mike. Ja. Ja, von Mike Malek, I don't know. Mike Malek, ja, ja, genau. Ja, doch, also, ich glaube, wenn man so international... Wenn man mal, hat man es ja mal gehört, hat man es ja auch. Und, äh, genau, das zum Beispiel Ludwig, der Streamer, der wohnt auch in L.A., dann hätte ich halt die Möglichkeit, mal rüber zu jetten nach Austin und dann irgendwie, äh, könnte man dann mal Miss Kiff treffen. In Austin warst du noch nicht, ne? Ne. Ultra schöne Stadt. Ja? Ja, Austin ist super. Okay, aber auf jeden Fall so, also du checkst also, und ich, ich hab das Gefühl, ich würde gerne in meinem Leben so ein bisschen mehr connecten mit so Leuten außerhalb der deutschen Bubble. Also, fühl ich aber auch, weil keiner auch so richtig den Step wagt. Ich hab das Gefühl, du bist so ziemlich einer, also, ich hab's gesehen, dass Monte das halt so gemacht hat, oder er hat's halt relativ easy gemacht, weil er halt dicke Hosts einfach bei, äh, abgeliefert hat, bei, bei so damals, ähm, Tiffew und so. Oh, ja, ja, das. Ja, da, mit dem war er so ein bisschen connectet. Und Dr. Disrespect war auf dieser Ding. Dr. Disrespect, genau. Und, ähm, und Trainwreck ist auch jetzt so ein neues Ding. Ich glaube, weil... Ehrlich? Trainwreck und ohne und so, ich glaube, die connecten alle so ein bisschen wie dieses Gambles, hier ist Go-Ding. Hm, fühl ich aber nicht. Nee, ich auch nicht so. Fühl ich nicht. Nee, pass auf, was ich erzählen wollte, weil, äh, ich find es immer nämlich auch geil, so richtig connected, so über die Welt zu sein. Ich bin ja sowieso der, der Mr. Handshake immer, ich muss ja, ich muss ja alle, alle kennen. Und da waren wir in, äh, in, ja, in den USA 2019, erinnert euch an die Vlogs, und da waren wir da in New Orleans. Und da hab ich random, äh, da waren wir in, in, in der Lobby von unserem Airbnb-Ding. Und dann hab ich, äh, hab ich so eine Sprache nach, ich find eine Freundin auf Deutsch halt gemacht, logischerweise. Und da war so ein Typ mit seiner Tochter, so. Und das, äh, der, haben mich halt angequatscht, hey man, which language to speak in und so. Und da sag ich, ja, hier, bla bla bla, ich hab mir so erklärt, ja, Deutsch, hab mich zu denen gesetzt, hab mich einfach mit denen unterhalten. So, und, äh, die waren gerade da, weil die Tochter, die ist jetzt fertig, hat da angefangen Medizin zu studieren, an der Medical School, äh, Chilean University. Die kamen auch aus Amerika? Ja, die kamen, das war ein US-Amerikaner. Okay. Äh, aus L.A. kamen die. Ja. So, und, äh, die hatte angefangen quasi zu studieren, ähm, Medizin, ist jetzt fertig geworden tatsächlich. Oh, wir sind noch mit ihr in Kontakt, oder? Wir sind noch in Kontakt, ja, ja, Kontakt. Kontakt. Also auf WhatsApp, oder was? Nee, Instagram. Wir schreiben über Instagram. Und ihr Vater ist der geilste Typ gewesen. Und zwar war der Vater Musikmanager aus, aus Los Angeles. Oder ist es immer noch? So, und, äh, der hat nämlich die erste, alles gut? Ja, ich glaub, da musst du, äh, Akku reinschmeißen, oder? Das ist schlecht. Obwohl wir stillgeblieben. Es ist super scuff. Nee, wir haben, ich hab, äh, angefangen zu erzählen von dieser Familie aus, äh, New Orleans. Oder in New Orleans. So, und, äh, der eine war Musikmanager in L.A. So, und das war der erste, das war crazy, ich hab so mit denen gequatscht, so über alles Mögliche, was der so macht, was ich so mach. Ja, und der war der erste West Coast Tourmanager von Outkast. Oh, wie random, das ist so komisch. Übel geil. Das ist so komisch, wie man so random Leute kennen. Übel geil. Und ich hab dem zuerst nicht geglaubt, da hat mir dann so Bilder gezeigt und so shit. Und jetzt macht er halt nur so Jazzmusiker, so kleine Jazzmusiker in Los Angeles. Und dann, äh, hat er halt auch immer gesagt, ey, wenn du mal in L.A. bist, komm vorbei. Und ich wollte das eigentlich verbinden, wenn wir mal in L.A. sind, dass wir den einfach besuchen, weißt du, mit dem und Korn. Oh, das musst du machen, sowas ist so cool. So auf Barbecue mit dem, weißt du. So, und sie ist jetzt ja fertig und ist wieder zurück nach Los Angeles gezogen. Richtig geil. So, und da hat man halt letztens so drüber geschrieben, hey, wenn du in der L.A. bist, komm auf jeden Fall vorbei, lass rumhängen. So, auf den. Ja, rumhängen, ja, hör mir auf. Oh Mann, ey. Kevin, ich rede nicht mehr mit dir, wirklich. Oh Mann. Können wir nur so sein. Bruder, du willst dich einfach nur wegmachen, Alter. Nein, 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 ey, hör doch auf, so ein Scheiß. Ja, verkauft, ja, hier, den Vater kennenlernen. Bruder, ein Arsch, Digga, du willst einfach... Der Vater war übel cool, Alter. Ja, hör deine Fresse, du fährst aber nicht für den Vater hin. Nein. Ich jetzt doch. Nee, 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 nee. Aber du checkst, was ich meine, ne? Ultra. So dieses Connections machen und so, Bro, Dave ist da drin auch richtig gut, Mann, in sowas. Dave ist wild in sowas, Scheiß. Kannst du mal auf deinen Müll aufpassen? Ja, sorry. Dave ist in sowas richtig krass. Dave war auf so Malle und hat so jemanden kennengelernt, Bro, weil einer seiner Homies meinte so, yo, da gibt's Villa Fortnite in der Nähe von dem Airbnb. Oh mein Gott, ja. Und dann sind die da hingefahren. Wen hat er kennengelernt, Felix von der Laden? Auch, aber nee, dann sind die da so hingegangen und bei der Villa Fortnite haben sie so geklingelt. Mann, Junge, kann diese Flasche mal aufhören, umzufallen? Und dann hat der so geklingelt und meinte so, ähm, Danke. Und meinte so, hey, I wondered why it's called Villa Fortnite. Ja. Und dann meinte er so, because my son likes Fortnite. Und dann hat er aufgelegt an der Tür, weißt du, an dieser Türklingel. Wie dumm. Und dann auf einmal geht so dieses Tor auf, meinte Dave. Ja. Dave fährt rein und dann hat er den so kennengelernt und so den ganzen Tag hat er denen so das Haus gezeigt und so. Hä? Und meinte so, hey, voll cool und so, wir sind YouTuber, bla bla bla. Und dann war noch so der Cutter dabei von Dave, der kommt aus Mexiko. Und der kann halt auch Spanisch, obvious. Und dann war das halt... Wer, 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 wer? Leo. Ach, Leo, ja, klar, Dave. Und dann hat Leo halt mit denen auch auf Spanisch gelabbert und dann war so direkt so eine Ebene. Ja. Das ist ein superkranker Immobilienatze, einer der größten auf Malle und Dave hat jetzt so übelste Connections zu dem. Ja, das ist aber smart. Und so ist das aber smart. So geil. Das ist halt nice to have. Und ich habe das Gefühl, ich hätte auch diese Möglichkeit genau auf sowas, wenn ich mich halt irgendwie pushen würde, mehr rauszugehen. Und ich glaube, genau sowas ist halt mehr rauszugehen. Aber wäre es quasi, guck mal, wenn du, sagen wir mal, du bist ja in den USA. Ja. Und connectest da mehr rum. Ja. Wäre es für dich die Option, irgendwann zu sagen, ich switch auf Englisch? Englisch? Es war aber mal Thema vor Jahren. Ja, es war so Thema, als ich so, als so Paluten 4000 Viewer gepullt hat und ich irgendwie so 800 oder 1000. Und ich so dachte, irgendwie, also 4000 Viewer ist cool und so, aber wenn das das Maximum ist, wäre voll low. Ja. Und dann dachte ich so, boah, vielleicht soll ich switchen und so. Und ich meine aber jetzt, guck dir an, so große deutsche Streamer ziehen 40k oder so. Die große deutsche Streamer, die größten können halt auch mit den Top-Leuten aus dem USA mitteilen. Ja, also so. Die deutsche Szene ist halt sehr stark. Genau, genau. Der deutsche Markt ist halt sehr stark. Wir sind ein sehr, wie sagt man das, ein sehr reiches Land, kann man es schon so sagen, im Verhältnis. Ja. Ja. Richtig stark. Outer Nowhere. Aber dann kommen die Deutschen direkt. Und dann kommt ja schon direkt der deutschsprachige Markt. Ja. Ich meine, das Französische ist, glaube ich, noch relativ big geworden, was Streamer angeht mittlerweile. Aber der deutsche Markt ist auch YouTube-wise übel stark geworden. Guck mal, keine Ahnung, irgendwie so 300, 400, 500k Views auf einem YouTube-Video oder so. Ja. Oder auch in Amerika ist das ultra viel. Voll, voll, voll. Also kommt das erstmal hin, so. Ja. Ja, also ich glaube, es ist keine Option, nee. Aber ich finde es cool, hier und da mal mit so Ami-Leuten zu collaben, weißt du. Das ist irgendwie, das ist so ein Prestigeding irgendwie. Davon habe ich gar nichts eigentlich, weil das würde jetzt nicht einer von Ludwig hingehen und bei mir jetzt reinschalten. Aber irgendwie ist es so ein bisschen so wie bei so... Aber du bist der Typ, der das Stein im Brett hat, so. Ja, und irgendwie, ich finde so dieses... Das ist so ein bisschen so wie so Ufo, das im Rap-Game macht. Ja. Es ist irgendwie fresh, wenn alle so wissen, so, oh, der ist irgendwie hier, der hat mal mit Gunnar einen Song gemacht, der hat einen Song mit Future und so. Und irgendwie mit jedem hat der irgendwie mal einen Song gemacht, weißt du. Und das finde ich irgendwie fresh, so mit so Livestreaming irgendwie, so diese Ami-Leute, weil das wirkt für uns so weit weg, aber eigentlich ist es nicht. Ja, eigentlich ist es nah dran. Ja, und dann ist es irgendwie voll cool, einfach mit so Leuten zu collaben und das ist immer guter Content und so. Ich denke mir jedes Mal bei solchen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel mit so Leuten connectet, wie nah man eigentlich an so Personen dran ist, wo man sagt, boah, die sind riesig, die sind extrem. So weißt du, mittlerweile beispielsweise jetzt mit David. So sagst du halt, ey, das ist halt eine Ecke weiter zu Logan Paul. Ja, genau. So wie weit ist Logan Paul vorweg weg? Genau, wenn ich zwei Monate, drei Monate da bin, könnte es sein, dass ich mal at some point mal Logan sehe. Bro, ich sag jetzt, ich glaube, es ist garantiert. Ich glaube, es ist garantiert. Es ist nicht, dass ich deswegen mit David chille oder so, aber wenn ich mich forstete, mal zwei, drei Monate da hinzugehen, dann werden so Sachen eher passieren. Oder vielleicht lerne ich auch ganz andere Leute kennen. Es geht ja jetzt nicht nur um Reichweite oder so. Ich habe davon ja auch nicht unbedingt was oder will davon gar nichts. Es geht einfach nur darum, ich würde voll gerne mal mit diesen Leuten labern. Genau, genau. Einfach privat, nicht on cam. Eben, eben. Drauf geschissen. Es ist halt nicht aus einem Privatprestige. Nicht, dass du es so öffentlich zeigen musst oder öffentlich präsentieren musst, sondern die Leute sind ja nicht ohne Grund die, die sie sind oder auf diesem Niveau oder haben diesen Status, den sie haben, sondern da ist ja eine Geschichte hinter. Da haben sie ja irgendwas anscheinend richtig gemacht oder irgendeine Richtung konzeptionell gut gedacht, dass sie jetzt auf diesem Stand sind. Und das so ein bisschen da, das Geheimnis so rauszukommen. Ja, genau, genau. Ich meine, ob man jetzt einen Long Paul feiert oder nicht, der hat auch viel Scheiße gebaut. Voll, voll, voll. Aber Bro, der wird auch auf jeden Fall geile Sachen erzählen können, weißt du, wie ich meine? Und einfach mal so privat... Ich glaube, der ist gar nicht so unsympathisch, oder? Ich glaube, der ist privat nur direkt. Ich glaube, naja... Was heißt... Ich glaube, das ist halt so dieses Ami-Mindset. Ich glaube, das ist eine Person, die sehr money-driven ist. Okay, ja, maybe. Und deshalb auch so ein paar Entscheidungen gemacht hat, die richtig dumm sind. Vielleicht ist es auch dieses höher, schneller, krasser. Aber vielleicht ist man davon dann so ein bisschen... Naja... Driven. Dass du halt sagst, ey, ich will es immer krasser, ich will es immer heftiger. Und du verrennst dich dann darin. Und dann passieren halt so komische Entscheidungen, die Logan Paul trifft, dass er halt sagt, ey, ich bin jetzt der Erste, der hier in diesem komischen Forest ist. Das ist für mich der größte Skandal, ich so mitbekomme von Logan Paul. Das ist sowas, wo ich mir so... Guck mal, ich glaube, das ist voll schwer zu verstehen für Leute zu Hause. Und das ist auch was, was nie hätte passieren dürfen. Ja. Aber man muss sich vorstellen, das habe ich so im ganz kleinen Rahmen gemerkt, als ich angefangen habe zu vloggen. Ja. Man geht schnell in so dieses, was du meintest, in dieses schneller, besser, weiter mäßige. Und der nächste muss noch krasser sein. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, hochskaliert auf den amerikanischen Riesenmarkt... Voll. Und dann auch noch mit... Und dann hast du aber nicht so, wie bei uns jetzt zum Beispiel, eine Lena oder so, die sagt, hey Leute, das ist mega dumm, was ihr macht, lasst das mal. Ja. Sondern diese Person bändest du aus. Und du umgibst dich nur noch mit Leuten, die dir die ganze Zeit sagen, wir müssen grinden. Du bist nur noch mit Leuten, die alle profitieren von diesem Konstrukt. Richtig. Oder beziehungsweise die, wo keiner mal hinterfragt, bro, dann spiralt das so komplett dumm. Und dann, ich muss sagen, ich kann verstehen, dass das passiert. Weißt du? Natürlich. Bro, die saßen da einfach, was können wir in Japan machen? Oh shit, hier gibt es ein Suicide Forest. Das ist ein gutes Thumb, ein gutes Titel. Und dann denkt niemand, ein Stück weiter. Natürlich hätte das nie passieren dürfen und das ist auch keine Entschuldigung dafür. Ja. Aber das verstehe ich irgendwo. Ich glaube, die Sachen, die nicht so cool sind, so diese NFT-Scam-Sachen. Ich glaube, das Problem ist nicht mal unbedingt, dass sie in diese Faust reingegangen sind, sondern dieser eine Move, dass er diesen Dude da gefilmt hat. Weißt du? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weißt du, mehrere Content-Creators, das ist ja so. Deswegen ist ja so ein Kult darum entstanden, sind ja in diesen komischen Walter gegangen und haben sich das einfach angeguckt. Obwohl selbst die japanische Regierung sagt, so ey, geht da nicht rein oder guckt euch das nicht an. Weil, aus Gründen, weil da halt irgendwie tote Leute sind. Crazy, ja. Die haben ja extra so Ranger dafür, die da immer durchgucken und schauen, falls da irgendwie jemand sich wieder umgebracht hat oder sowas. Das ist halt crazy. Aber das ist halt so popkulturell, sich so entwickelt hat, dass so ein Kult um diesen Wald entstanden ist, zieht natürlich Schaulusten an oder so Touristen an. So und dementsprechend finde ich es gar nicht mal so krass verwerflich, sich das anzugucken. Das ist halt die Frage, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Ja, muss man halt einen Vlog draus machen, muss man halt hingehen und dann diesen Typen filmen, das ist halt alles nicht mehr. Genau, genau, genau. Aber so, ich kann in meinem Kopf irgendwo nachvollziehen, wie es bis zu diesem Extrem gekommen ist. Voll, voll, voll. Aber wir erleben ja Ähnliches gerade in der deutschen Szene, wenn du es so ein bisschen ummünzt, dass sich Content-Creator mit Absicht in eine unbeliebte Position bewegen, weil anscheinend in manchen Punkten die Resonanz fehlt und die sich dann sowieso sagen, hey, scheiß drauf, mich hassen eh alle, jetzt hau ich halt komplett auf die Kacke, wenn wir jetzt dieses Casino-Thema angucken. Ja, ja. Und vielleicht ist es da, ist da ab einem gewissen Punkt, wenn du nicht mehr diese Resonanz hast, was ich gerade meinte, legst du, legst du jegliche Relevanz von Außenmeinung ab. So, dass du halt sagst, hey, eigentlich ist es doch voll egal, was die anderen sagen. So, es funktioniert ja gerade so, wie es ist für mich. Boah, ich frag mich irgendwie, ich frag mich, ob so, also wir reden ja, müssen wir jetzt kein Geheimnis drüber machen, es geht ja gerade um so Orange, Orange und Skulls. Genau, genau, ja. So, unter anderem, es gibt ja noch mehrere Leute, die so Shit machen, aber so diese. Und ich frag mich irgendwie, also ich hab wirklich eigentlich kein böses Blut, so. Ich find's ein bisschen, ich hab's auch, ich hab's auch, Orange Munch kam mal in, ich hab 24 Stunden Stream gemacht und er kam mal so um drei Uhr nachts in meinen Stream und ich meinte zu ihm, dass ich's wirklich, ich finde so dieses Casino-Ding soll er machen, aber ich find seine Tweets unfassbar cringe. Ja. So, und seine Meinung zu bestimmten Themen übelst unnötig und so. Und, I don't know, er meint auch, er findet das okay, aber also was ich eigentlich sagen wollte, ist auch scheißegal, was ich eigentlich sagen wollte, ich frag mich, ob diese Menschen glücklich sind. Also, ich glaube, die würden über sich sagen, dass sie glücklich sind, aber sind sie glücklich? Ist man, kann man, kann man, kann einem wirklich alles egal sein, wenn man ist glücklich? Ich glaube, in dem, in diesen ganzen Dingen, was wir hier machen mit diesen Social Media und der Öffentlichkeit und so, klar haben wir alle mittlerweile so ein dickes Fell aufgebaut, das uns bestimmte Sachen einfach nicht mehr trifft. Also, mir ist es egal, wenn mir jetzt einer irgendwie eine Nachricht schreibt, ey, du bist du und so und so, das juckt mich nicht. Aber jetzt, wenn Kevin das zum Beispiel schreibt. Nee, aber wenn, aber ich glaube, wenn so eine Menge an Leuten gegen dich angeht und dir sagt, ey, das, was du machst, ist scheiße, das, was du machst, ist schlecht, da würde ich mich halt hinterfragen. Ja, aber ist es vielleicht bei unserer Moralkompass anders funktioniert als wären, vielleicht ist dieses auch wirklich einfach scheiße, ja. Aber wann ist der verloren gegangen? So, und wann ist das, wann ist Manni so über Moral gegangen? Weil ich habe beispielsweise bei einem Orange Orange, wie gesagt, das ist jetzt gerade ein Thema und das ist, ja. Und ich habe auch nie was gegen dem, im Gegenteil, ich kam eigentlich immer gut mit dem zurecht. So, und ich mochte, ich mochte den eigentlich auch gewisserweise. So, aber ich habe nicht, ich habe nicht verstanden, warum er das jetzt machen muss. Ich war immer so, also mein, mein, mein Punkt bei dem ganzen Ding war immer, so, du hast es doch nicht nötig. Ja, aber ich glaube, das ist einfach dieses, dieses Geld-Ding. Ich glaube, er ist krass, krass mal Geld-Driven, das ist wieder das Ding halt. So, und das ist, das... Und dann triffst du Entscheidungen. Es gibt halt, es gibt halt Entscheidungen in diesem Business, die moralisch nicht vertretbar sind oder für viele Leute, die aber Cash-mäßig im Übertrieben Sinn machen. Und es gibt dann halt Leute, die raten dann dieses Cash haben, größer als dieses Moral-Ding. Also das stuft ja jeder für sich ab. Ich meine, das, das fängt ja beim Casino-Deal an und hört beim Nestle-Placement auf, weißt du? Das ist halt, je nachdem, wie man, wie man das für sich entscheidet. Safe, es gibt safe auch Sachen, die ich oder du machen, wo Leute sagen, boah, das finde ich gar nicht korrekt. Voll. Gibt's auch, natürlich. Aber es geht ja alleine schon darum, dass wir... Jeder droht das in eine Linie woanders, ne? Es geht ja alleine darum, dass wir uns innerhalb des Freundeskreises random einfach Huren so nennen oder sowas. Das ist halt so Humor-driven, wo manche dann sagen, oh nee, das ist ja total asozial oder schlimm. So, das ist halt, da gibt's nicht schwarz und weiß. Das ist halt so in Graustufen gesetzt. Aber finde ich immer persönlich sehr spannend und mich würde auch einfach mal interessieren, vielleicht, und ich bin da tatsächlich voll überlegen, ich hab mit vielen Leuten auch schon drüber gequatscht, vielleicht sogar mal Orange Moans für eine Corner einzuladen. Ja, mach das. Meinst du, das wär, weißt du, das wär geil? Ja, aber du musst halt so... Irgendwie glaube ich, dass der eigentlich ganz korrekt ist, aber er hat halt so unfassbar schlechte Takes über so trans people und so und das ist halt unfassbar Minus. Ja, aber halt dieses absichtlich polarisieren. Ich glaube auch, ich hab auch fast manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen so auf Krampf ist und genau das, was du meintest, um dieses auf die Kacke zu hauen. Einfach so... Er weiß, dass er weiß, dass es so nicht ist, aber er sagt es jetzt einfach so, damit noch mehr Leute ihn hassen und noch mehr so dieses... Also wenn es nicht in diese positive Richtung geht, dann machen wir es auf Maximum in die andere Richtung. Ja, so bad publicity, aber das Image ist sowieso schon über Bord geworfen und da können wir auch komplett auf die Kacke rauen. So mäßig, genau. Also wie gesagt, das würde mich interessieren, ich würde es tatsächlich machen. Und ich bin halt immer so, ich habe halt immer die Sorge davor, dass die Leute dann halt sagen, aber eigentlich ist es so... Ich glaube, solange du dich, solange du, wenn Dinge gesagt werden, die nicht Aufmerksamkeit bekommen sollten, dich dagegen positionierst und kurz darüber redest, was deine Meinung ist und wie du das siehst, finde ich das in Ordnung. Es darf halt nur nicht so diese Leeroy-Dings sein, wo du dann einfach nur da sitzt und dann ist es da ein APD-Politiker und eine Trans. Man lässt es einfach passieren und moderiert gar nichts mehr. Genau, genau und du gibst keinen Kontext. Ja, also ich würde es tatsächlich machen, wenn Orange Orange da... Also ich sage ehrlich, Orange Orange würde ich einladen, aus Girls hätte ich keine Lust. Wenn Orange Orange Lust hätte, also Kevin, wenn du Lust hast, falls du das siehst, falls das irgendwann mal ein Clip wird oder so. Ich habe sowieso vor, dieses Jahr noch nach Madeira zu kommen. Ich weiß nicht, ob die da noch wohnen oder ob die jetzt woanders wohnen. Wenn du Bock hast, Digga, wir können es gerne machen. Es ist auch jetzt nichts, wovor du Angst haben musst. Es ist halt ein ganz geniegener Rahmen und ich hätte tatsächlich Bock drauf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob er Ja sagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er Ja sagt. Ja, ich glaube, er sagt Ja. Okay. Das wäre, glaube ich, funny, ja. Wäre interessant. Wir sind schon richtig weit voran. Was wolltest du noch sagen? Nö, ich fände es einfach interessant. Das wäre, glaube ich, ein sehr interessanter Talk. Ich denke viel über so Sachen nach, weil... Ich versuche mich immer so hineinzuversetzen in Leute und wie die sich fühlen. Und ich kann es bei dieser Person gar nicht machen. Man kann es schwer eintüten, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob... Machen dich irgendwie 10 Mio auf dem Konto, aber alle hassen dich. Macht dich das wirklich am Ende? Ich weiß es nicht. Kann das einen Menschen trotzdem erfüllen? I don't know. Das ist die Frage. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und ich stelle dir jetzt auch ein paar Fragen. Und zwar kommen wir zum Corner-Buch. Oh shit, was passiert jetzt? Ah, hast du das Corner-Buch? So tief habe ich den Podcast noch nie gehört. Nur weil du es nicht wusstest, Digga. Du hast keine Ahnung. Pass auf, das Corner-Buch ist das Freunde-Buch. Vor allem meine Freunde, die in der Corner waren. Wir sind ja Freunde. Haben wir gerade schon geklärt. Ja, sind wir. Da gehen wir ein paar Fragen durch, Kevin. Okay, let's go. Bist du bereit? Ja, safe. Okay, affengeil. Also. Ist das so wie früher, so Didel-Freunde-Buch? Ja, ja, genau, genau, genau. Name? Kevin Teller. Kevin Andreas Teller. Kevin Andreas Teller. Andi. Andi, ist das mal aufgekommen, dass jemand Andi nennt? Ja, aus Joker. Andi. Nicht auf real. Du bist ein Andi. Lass gut sein, Bruder. Spitzname. Weiß ich nicht. Kef, Mann. Kefko. 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 Ist Kefko ein Ding? Kef. Nee, Mann, ich hasse das. Kef ist das Schlimmste. Meine Mom nennt mich Kevi manchmal. Kevi? Ja. Cringe. Cringe, Simone. Oder Knirps. Knirps? Ja. Du hieß dein iPhone immer, ja? Immer noch, immer noch. iPhone von Knirps. Wenn das ein Bluetooth-Grid ist. iPhone von Knirps. So. Geburtstag? Bruder, ich weiß. Ja, okay, sag. Januar? Ja. 22. Boah, das ist krass nah dran. 24. 24. Fuck. 97er Baujahr. Yes, sir. Das ist, was für ein Sternzeichen? Ey, Wassermann. Der Waterman. Was ist dein Ascendent? Bruder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer mir das ausrechnet. Weißt du den Ascendenten von Kevin? Digga, warum soll ich das nicht? Bist du nicht drin im Thema? Das muss man doch ausrechnen auf unser Geburtsort. Ja, ich dachte, ihr habt euch vielleicht bei dieser Moon-App oder wie die heißt. Wie heißt die? Doch, die habe ich mir mal geladen. Ja, eben. Coaster, ja, ja, ja. Ich habe das dann so fünf Minuten gemacht. Aber ich habe meinen auch schon wieder vergessen. Wofür mache ich das? Ich habe meinen auch schon wieder vergessen. Nee, da bin ich nicht so drüber. Okay, 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 okay. Wenn, Kevin, ja, wenn du dir einen reinsaufen willst. Welches Getränk? Welches Getränk? Ich weiß, glaube ich, die Antwort. Boah, ich glaube nicht, dass du dir auch nur weißt. Moskow-Mule? Ja, okay, ja, das hätte ich gesagt. Aber ich bin mehr so aktuell, ich bin oft, wenn ich so Alkohol trinke, dann denke ich so, boah, irgendwie, ich will einfach nur besoffen werden und keinen Bock auf den Süßkram. Deswegen würde ich jetzt einfach reinschreiben, Wodka-Shots. Wodka-Shots? Okay, dann nehmen wir das. Aber ich finde, Wodka und Tequila sind die besten Schnäpse, die es gibt. Okay, okay. Dann als nächstes, das weiß keiner über mich. Gibt es etwas, was noch keiner weiß? Ich meine, du bist leistet, weil du erzählst gefühlt alles. Ja, das ist immer richtig. Es gibt, glaube ich, kaum was, was... Manchmal sitze ich so auf dem Klo scheiße und denke mir so, fuck, man, das ist voll geil, das kann ich genau bei so einer Frage dann beantworten und dann vergesse ich es aber immer. Ich könnte einen Fact raushauen, aber ich glaube, den weiß man auch. Sag. Wir hatten mal was bei derselben Person. Erinnerst du dich? Ja, okay, haben wir übertrieben, aber wir haben auch mit derselben Person rumgemacht. Ja. Nicht stolz drauf. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und das war mir unangenehm, irgendeine unangenehme Situation. Sei es im Livestream, sei es im täglichen Leben. In der Corner sitzen. Boah, ist die eine Sache, die mir gerade einfällt, aber die kann ich leider nicht public erzählen. Warum? Weil es andere Leute involviert. Erzählst du mir das danach? Kann ich schon hart machen, ja, aber das kennst du schon. Ach, das kenn ich schon. Ja, ich glaub schon. DreamHackStory? Hm? DreamHackStory? Was ist da passiert? Nee, nee, erzähl dir, erzähl dir, du kannst dir erzählen. Ist fein. Nein. Doch. Schüsst du mir hier kurz ins Ohr. Achso, das, nee, das können wir nicht erzählen. Nee, ich dachte nicht, dass ich da irgendwie einen weggemacht hab oder so. Okay, okay, check, 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 check. Nee, das können wir nicht erzählen. Dann haben wir als nächstes, das hasse ich. Warte, ich muss aber noch irgendeine Sache sagen, die mir unangenehm ist. Okay, okay. Mein Hodensack war mal am Stream zu sehen. Ja, stimmt. Das war halt noch zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Kann sein, ja. Kurz danach. Kann sein, ja. Die Hodensackstory, ganz großes Thema. Was ist da eigentlich passiert? Da kommt eine Mail, oder? Ich war, ich war am Boot fahren in Berlin. Ja. Und da gibt es so Floß und Los heißt so Laden. Ja, ja, auch geil. Und dann hab ich so mit Handy gefilmt, bro, und hab so mein, also gestreamt. Und hab mein Handy auf den Boden gelegt, so, weil ich es ablegen musste, weil ich kurz aus dem Boot aussteigen musste. Und ich hatte halt keine Badehose dabei, deswegen bin ich in kurzer Hose baden gegangen und hab dann, nee, in Boxteshorts baden gegangen und hatte nur die Boxteshorts an und das war so eine H&M. Oder die Glocken geläutet. Dann bin ich so drüber gelaufen, dann hat man meinen Schwanz gesehen. Von Twitch gab es eine Mail, eine lustige, oder? Ja, bezüglich des Kamerawinkels gäbe es eine Verwarnung. Okay, verstehen wir? Verstehen wir, ist fair. Das hasse ich. Boah, das hasse ich. Ich hasse Sprudelwasser, Digga. Boah, Bruder. Boah, Digga, Sprudelwasser. Boah, Digga. Da würde ich wirklich sagen, da hab ich wirklich so, weißt du, man sagt ja, man kann nicht so richtig Hass empfinden gegen irgendwas, was man nicht mal geliebt hat at some point. Da empfinde ich wirklich vollsten Hass. Digga, ist das so ein Dreck. Schon immer. Sprudelwasser, Schmutz. Bro, wir hatten mal, wir hatten mal bei so einer Lesenacht in der Schule, hatten wir mal in der dritten... Das muss ein Rossi-Ding sein, wie Spartakiado oder so. Kennt ihr das nicht? Lesenacht? Hä? So eine Schule, dass man so übernachtet in der Schule... Das machen die nicht mal am Saarland, Sabine. Man übernachtet in der Schule und jeder bringt ein Buch mit. Was? Was ist das für eine Fahrt für eine Cringe-Shit, Digga? Das kennst du nicht? Okay, auf jeden Fall... Wir hatten plattdeutscher Lesewettbewerb. Ja, das gibt's auch bei uns. Das ist real shit. Ja, aber so, da musste so ein Homie und ich mussten so, weil wir Durst hatten in der Nacht, mussten wir halt was trinken und dann hatten die halt nur Sprudelwasser, Digga, fast gekotzt. Sprudelwasser ist so ekelhaft. Ja, ja. Was magst du richtig gerne? Dich. Ja! Richtig! Wurde, da haben schon viele gesagt, oder? Nee. Nein? Nee, nee. Ich habe immer was anderes gesagt. Nova hat auch Henkel gesagt. Sehr schlau, sehr richtig. Pass auf, stell dir eine Situation vor, ja? Du hast einen schönen Tag, gehst gerade durch die Stadt. Eigentlich kann dir niemand was. Kommt so ein Typ auf dich zu, sehr unsympathisches Gesicht und tritt dir einfach gegen Schienenbein. Jetzt brauche ich deine Lieblingsbeleidigung. Nuttenklaus. Du Nuttenklaus. Du Nuttenklaus? Oh ja, oder einfach du Nutten, finde ich auch stark. Du Nutten ist gut. Ja, vorhin, als wir hergegangen sind, da hat Sabine zu mir gesagt, du Scheiße. Ja, das ist auch stark. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Einfach dieses Trocken runter, ey, du Scheiße. Aber das ist nichts, was man so sauer sagt. Das sagt man so auf so trocken. Ja, ja. Aber wenn du richtig sauer auf einem bist und du beleidigst jemanden als Nuttenklaus oder Nuttenklauen, Oh ja, ja, ja. Das ist schon stark. Nuttenzwerg. Nuttenkasper. Hurensohn. Hurensohn. Huren. Hurensohn hat auch einfach so eine Power. Ja, ja, das ist richtig in die Fresse, ey. Ja, ja, das ist richtig stark. Ich bin froh, dass meine Mama mich noch nicht darauf angesprochen hat, warum wir uns alle mal gegenseitig Hurensohn nennen. Ist das mal ein Thema bei dir gewesen? Nee, zum Glück nicht. Wurdest du mal angesprochen von deiner Mutter, warum du das jetzt im Internet gesagt hast? Ja, schon. Voll uneingenehm. Aber nicht jetzt so auf so, hey, du hast jetzt irgendeine Beleidigung gesagt oder so. Warum hast du diese peinliche Story erzählt? Sondern manchmal kommt meine Mama so auf mich zu und sagt so, dass sie manche Sachen, wenn man gerade so über Geld spricht und so, dass sie das dann nicht so humble findet und macht mich darauf aufmerksam. Ja, und? Dann sage ich, nerv nicht. Nee, Spaß, aber dann denke ich so drüber nach und bei manchen Sachen hatte sie auf jeden Fall recht, ja. Ja, ahnig, ahnig. Unsympathischer Wichser. Das, pass auf, das würde ich machen beruflich, beruflich, Nova hat es nicht ganz begriffen direkt. Das würde ich machen, wenn ich kein Influencer wäre. Stimmt, Nova hat dann irgendwie gesagt, sie würde alle drohen ausprobieren. Beruflich. Tomatelix dann. Ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber ich glaube, ich würde, das war ja auch das, was ich studieren wollte dann. Ich würde jetzt wahrscheinlich so in der Spieleentwicklung sitzen und mein Traum ist halt so, oder meine Traumvorstellung wäre da so, dass ich so Modax ins Büro komme und mit meinen fünf Kollegen so den neuen WoW-Raid bespreche oder so. Oh, sehr egal. Also es geht nicht darum, dass es WoW ist, sondern es geht mehr darum, ich würde gerne bei sowas wie so zum Beispiel auch so Dark Souls, Elden Ring, so ein Boss-Konzept irgendwie machen. Also so, ah okay, wenn der noch 30% AP hat, dann geht der in Stufe 2, dann macht der dieselben Attacken wie vorher, aber die haben dann irgendwie noch so ein Feuerradius oder so. Ah nicht, ah nicht. Schenkst du so mäßig? Und das stelle ich mir so unfassbar cool vor, weil ich selber so begeistert bin, das zu spielen. Und ich glaube, ich hätte da coole Ideen. Okay, ja, das finde ich geil. Pass auf, dann brauche ich jetzt noch von dir deinen Corner-Song. Was ist der Song zum Corneren? Okay, Black & White von Juice WRLD. Das höre ich gerade rauf und runter. Ehrlich? Hörst du noch Juice WRLD? Ja, ich habe wieder angefangen. Ich war nie so krass, krass drin. Letztens habe ich Reeler in Reeler gefunden von ihm und Future und Black & White von ihm. Und ich dachte so, Digger, ich habe vor einer Woche gemerkt, dass ich Black & White nicht in der Playlist hatte. Und dann dachte ich so, das ist echt ein solid Song. Und dann bin ich jetzt gerade wieder auf der Wave. Thema Mucke machen. Geht es da eigentlich mal wieder weiter? Nö, gerade nicht. Kein Bock. Schon Bock, aber keine Zeit. Deswegen ist es das Hobby einfach und ich will mich fokussieren aufs Training. Ah nicht. Mach gerade mit Philo, mache ich richtig viel Mucke. Ja, wir chillen jeden Abend eigentlich. Voll geil. Richtig geil. Ich muss dir mal was zeigen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr funny. Nee, gibt es sonst irgendwas zu pluggen? Edeltour. Oh ja, wir sind mit unserem Edeltalk live. Wir sind in acht Städten, neun Städten. Hamburg, Berlin gibt es noch Tickets. Jetzt, coppt euch die im September und wir sind bei Sam's World noch. Stimmt, ey, das haben wir gar nicht geschafft jetzt in der Folge. Aber weißt du was? Dann machen wir, wenn das Ding durch ist, machen wir nochmal an. Ja, sehr gerne. Dann holen wir dich nochmal rein. Sehr gerne. Kevin, deine Folge ist vorbei. Ein Glück. Wir haben es erledigt. Bruder, danke für die Einladung. Danke für deine Zeit, Bruder. Ich küsse dein Herz. Sehr gerne. Ihr könnt den Podcast hören auf YouTube und Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasten ist. Sehr gut. Sehr gut, Kevin. Gib dem Ganzen ein bisschen Feedback. Schreib Kommentare. Lass ein Abo da. Gib dem Bruder ein bisschen Liebe. Ich glaube, den Benke muss ich nicht pluggen. Der hat sowieso mehr als ich. Und dann sehen wir uns zur nächsten Corner, wenn es wieder heißt, die Campingstühle werden aufgeklappt. Digga, diese Stühle sind so scheiße. Die Stühle sind affengeil. Aber die passen halt. Ja, das muss so Scuff sein. Ja, geil. Ey, danke für die Einladung, Bruder. Ey, es fängt gleich an zu schütten, deswegen machen wir jetzt Piano. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Kowski. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.